Das ist hier Friedeln, am 23. September 2012, Friedeln. Ich bin Niedersachsen. Wir haben sogar eine Kirche, haben wir heute selten gesehen. Hier geht ein schwarzer Mann über Zebrastreifen. Jedenfalls wird das da angekündigt. Weiter etwas rassistisch. Das müsst ihr mal ein bisschen ändern. Hier die Kirche. Wir fahren jetzt einfach mal aus. Wir können auch nicht alles sehen. Ja, so ein Verkehrszeichen sind wir nicht aus der Mode gekommen. Das wollen wir nicht mehr. Da müsste ein Vielseitiger abgebildet werden. Mit allen Farben schöner. Hallo, Freunde. Wir waren besten da. Wo wir wollen sie waren? Das wärs dann schon. Und tschüss. Friedeln, tschüss. Das wärs dann.